Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aura PvP Ja, und gleich geht's auch los Okay, ich bin pink Aber Ja, krieg ich den rein? Nein Oh, der Graue Der Graue ist voll in die Explosion rein Und Du gehst weg Ey Gelb Nein Oh 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 Hallo Na Nein, nicht schon wieder Ich glaub, ich hab Doch nicht zu weit geworfen, okay Na, da hab ich Glück gehabt Oh, oh, hallo grün, grün, grün Na So Wie geht's dir? Okay, wo Wo könnte ich Jetzt kämpfen? Denn mir sind hier eigentlich zu viele Vor allem, weil gelb mit hier ist Sag ich doch Das gelb, das ist Hot Nein Ah, ich hab immer mit meinen Enderperlen so ein Glück Das gibt's gar nicht Ah, komm Ey, du gehst weg Zack Zack Oh Oh Nee, nee, du gehst weg Unten Fast unten Fast unten Genau so Oh, ein gelber Ich hab einen gelben Huiuiuiuiuiuiuiui Hui Okay Und dort ist noch einer Und dort ist noch einer Na, hi So, komm Ach, schade Nicht im Flug erwischt Sonst wär der Weg gewesen Komm Na, schade Ach Warum Fliegt ihr denn nicht? Also im Sinne von Ja Wie ich gerade jedenfalls Also nicht hacken Denn hacken ist böse So Nein, was macht der? Das hat mein Mate gemacht Und gelbes tut So Du bist mit unten Nochmal unten Nochmal unten Fast Nochmal unten Check das langsam Hinter Dir So Was machst du jetzt Turquise? Okay Drehst dich Nein Warum hast du den noch hingeboostet? Mann Was macht mein Mate? Oha Wer war das? Ich schätze Rot oder Türkis Ich hab ne Enderperle geworfen Was war denn das jetzt? So Wir sind zurück in der Nächsten Runde schon Und den hab ich leider nicht mehr gekriegt Aber Nein Oha Das TNT ist vor meiner Nase explodiert Du warst das Du warst das Kriegst du das zurück? Ja Oh Das war schlau von dir So Also hier gibt's sowieso keine Teams Also das ging jeder gegen jeden schon wieder Was ist denn jetzt los hier? Ich glaub Gomme leckt schon wieder Sieht fast so aus Och ne Nicht schon wieder So Jetzt Ne Jetzt leckt's wieder nicht Oh Der Arme Der ist gleich wieder unten Aber Ich hab das meiste TNT mit abgekriegt Das ist jetzt schon wieder etwas blöd Nein Ich bin nicht hochgekommen So Wo bist du? Oder seid ihr? Hallo Na Wie geht es dir? So ey Du gehst schön zu deinem Freund Nein Oha Das könnte knapp werden Also die sind schon mal relativ stark Komm schon Den muss man doch irgendwie kriegen Oder so Na komm Ach Das blöde Loch hier Man kriegt die aus die Lascher nicht raus Das ist noch nicht das Problem Ey Kein Wunder Dass ich festbacken tue Wenn mich Zig Leute immer schlagen Hier Geht's jetzt unten nach unten Nein Ey Wer ist denn das ständig? Nein Sag mal Leute Ja Gut Geh dorthin Super Perfekt Wow Wow Oh Was Lol Jetzt hat's grad wieder geleckt Aber ein Glück Oh Na schön Den hab ich gekillt So Hallo Bist du irgendwie Geflüht Warum Sieht mich keiner Nein Ach Ich sterbe Glaub ich Schnell noch Heiltränke Und Wer hatte dieselbe Idee wie ich Ach der dort oben Was ist denn mit dir falsch? Kollege Na komm So Was gegessen Und Da sind noch vier Stück Aber wo ist gelb? Ich hab gelb noch gar nicht gesehen Hä? Ich glaub Gold ist verschwunden Entweder kämmt der Oder Keine Ahnung Was machst du? Das bringt dir gar nichts Hallo? Sinnlos Der Typ Was nützt dir das? Hä? Ich versteh den Typ nicht Gut Dann warte ich eben hier Oh Das war Knapp Ey Ach Komm Du mit deiner Komischen Angel Das kann ich schon lange So ein Komischer Typ Spiel doch mal ordentlich Komm hoch Komm mal hoch Komm Ach jetzt gehst du Hä? Der verkämmt sich auf der Insel Nee Der geht hoch Toll Was nützt dir das? Oh Nein Ich Wow Jetzt gewinnt der Weil die Enderperle Durch die ganzen Blöcke Durch ist Also Dort wo keine Blöcke mehr waren Nee Alter Nein So Ich bin wieder zurück Und Ja Oh Ja Setzen aber viele TNT Diesmal wieder Auf der gleichen Map Wieder im gleichen Modus Und ich hoffe Ja Dass ich jetzt mal Endlich gewinne Nicht immer solche Komischen Fehler Mache Oh Ja Ja Da ist weg Was mit Turkis Hallo Na Wie geht's dir? Ach Schade Oh Blau Oh Was Wie kann denn Turkis Jetzt schon Tot sein? Hä? Okay Aber Mich freut's Ey Da hätte ich schon Fast Was ist denn hier los? Na gut Aber So leicht Wollte ich es mir Eigentlich auch nicht machen Ui Das war jetzt Echt Knapp Eigentlich Na Colt Komm Komm Nein Das tust du jetzt nicht Und jetzt ist er Nach oben gegangen Okay So Lila Was ist mit dir? Tschüss Was? Gold Na klar Na komm doch Gold Hä? Was hast du zu verlieren? Ach man Warum Warum ist mir Jeder Block Hier im Weg Ich hab nie so ein Glück Und tu Auf einem Block Landen Also mal ehrlich Hä? Ja Klar Okay Hallo Na Wie geht's euch? Oh Hier ist wieder Gold So Okay Dort haben sie TNT gesetzt Aber nur Oh Tja Ist der Kommt der Nee Schade Der hat es bis ganz oben hin geschafft Tschüss Ey Das sah aber ganz komisch aus Ich glaub der ist tot Nein Nein ist er nicht Was Alter Wie hat er das überlebt? Das ist ganz komisch Was die hier gerade abziehen Na klar So Wie mach ich das? Komm Ey Nee Wie kann denn sowas sein? Oh Ja 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 Komm 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 Ich tue jetzt auch gleich Shiften hier Bei dem Typen Oh Schade Der hat noch eine Enderperle geworfen Und ist aber wieder unten Ja Was Gold Oh nein So Leute Na kommt Was macht ihr jetzt? Zack Bam Und beide Oh mein Gott Zack Grün Ist weg Gut Das TNT trifft mich hoffentlich nicht Nein Oh Ja gut Das hast du schon mal gut gemacht Gold Aber Ich hoffe ich Kann noch etwas zurückschlagen Hier Oh Ja Komm Gold Jetzt Komm du doch mit dazu Und alle gehen auf mich oder was? Was ist denn bei euch falsch? Komm Grün Oh Pink hat's voll erwischt Nein Gut Das muss ich überleben Eigentlich Ja So Ah Der wirft genau durch Aber Ich hätte noch schön gelacht Eigentlich Wenn der voll gegen die Wand geworfen hätte Aber das hat er leider nicht Ui Ach Schade Oh Das war schon wieder Etwas mehr Knabber Oh Nein Ach komm Warum schlagen denn mich beide? Wenn der hier Kämpfen tut Und Schiften Oh Oh Nein Glück Bin ich nicht ins Feuer gelatscht Tja Das ist dann Pech Ne Ach schade Ich dachte der landet vielleicht im Feuer Aber Kann das sein Dass die sich Nicht gegeneinander angreifen? Das sah gerade wirklich ganz komisch aus Aber wenn die das wirklich machen Dann wär's gemein Na komm Geh doch endlich mal Oh Ne Oh Das hab ich noch gut hingekriegt Was machst du dort oben? Warum hab ich jetzt so viel Schaden gekriegt durch das TNT oder was? Ich glaub schon Ey Hä Ich hab Genau Perfekt Ich hatte den geschlagen Nein Ja Endlich ist er unten Endlich So komm Ja Nochmal Na komm Gold Oh Das war jetzt Schwach 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 von dem Aber Ja Er ist nochmal unten Geil Gut Jetzt kämpfe ich nur noch gegen Pink Nein Ist das mein Ende Alter Was Holy shit Und ich glaub der ist tot Wo ist der gelandet Wo ist der gelandet Ne Da ist nicht tot Hä Wo ist der Hä Ach ne Ich pflanze erstmal Ein Baum So So Nein Mein Baum Ne Ich möchte jetzt nicht dein Freund sein Mein Baum ist weg Nein Ach komm Na gut Das war meine eigene Dummheit Hab ich Hab ich Ach Ich hab die ganze Zeit einen Kompass Der ist hier Achso Na So ein Drecksack Wie gemein Ey Das ist ja richtig blöd Ne Den hau ich runter Tschüss GG Der hatte keine Enderperlen mehr Ja GG Und Was Okay Ich hab einfach 503 Coins Gemacht So Jetzt Werf ich immer noch meine Items weg Gut Dann würde ich sagen Das war's aber schon mit der Folge Gut Wenn's euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und wer noch nicht abonniert hat Der hat jetzt die Chance Um keine Videos mehr zu verpassen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss